Aber hallolulia, das könnt ihr mal glauben, dann geht's auch zur Sache. Uns Leute sind einfach nur asoziale, asoziales Gesocks. Bei Facebook hab ich viel besser in Krebs als bei YouTube. Ich bring jeden im Knast. Bei Facebook hab ich viel besser in Krebs als bei YouTube. Aber hallolulia, das könnt ihr mal glauben, dann geht's auch zur Sache. Facebook hab ich schon aufgeräumt und ich hab bei Facebook wirklich viele blockiert. So, halli hallo. Ich hab mich jetzt nur mal kurz geschlossen, hier auf Facebook ein Live-Video zu machen. Aber eigentlich, was da immer mit abgeht für eine gekühlte Scheiße, sei euch ganz ehrlich. Da meint man ja, Facebook ist die Ehrenanstalt bzw. die Zentrale der Deutschen Ehrenanstalt war. Das ist ja schon nicht mal schön, was da jetzt so in der letzten Zeit so abgeht. Also echt, da kann man nur mit dem Kopf flackern. Dann wird auch ihr Profil, der, die das Profil von dieser Person weiterhin umgehalten, was ich dann noch tun werde. Und das geht davon ab. Man weiß ja nie, was von gestörten Leuten noch so kommt und überwaut und so. Das gehört auch mit dieser Morgenkacke. Also es wird auch mein letztes Video sein. Die können mich überhaupt nicht mehr kontaktieren. Und das ist auch so. Das liegt richtig im Kopf. Also sowas habe ich ja noch nie gesehen. Sowas Verklopptes. Eben das, das was er verdrückt und davon hat eben das Sein. Und da muss man mich einweisen lassen. Echt. Echt. In einer psychologischen Klinik. 失 그렇죠. Danke undUP! Echt. Echt. Aber in einer psychologischen Klinik kam. ? Echt. Echt. Und? Echt. BIDEN Echt. Dich. Da muss ich mich einpressen lassen, echt, in einer Psychiatrie. In einer psychologischen Klinik, Arschlöcher, aber Halleluja, das könnt ihr mal glauben. Und dann geht das zur Sache. Jedem das, was er verdient und davon ab.